FUTEN ON THE RINGS 32 COUNTS, 4 Wände Wir fangen einmal mit den Schritten an. Wir starten mit welchen Zutaten. WALK, WALK, TOUCH, BACK, LOCK, STEP, BACK, COASTER, STEP. Mit links geht es dann weiter und wir haben WALK, WALK, P, STEP. WALK, WALK, SIDE, FÜTELCHER, CLOSE. Danach haben wir einmal die Füße geschlossen und wir haben dann einmal mit der Ferse nach rechts, Ballen zieht nach und Ferse wieder nach rechts. Das Ganze haben wir jetzt einmal in die andere Richtung. Wir haben also wieder Ferse, Ballen, Ferse. Mit Rechtsarmellern, SELA, STEP und SELA, STEP, FÜTELCHER. Rechtsarmellern, Freiführung, POINT, RUN, POINT, BEHIND SIDE, CROSS, POINT, RUN, POINT, BEHIND SIDE, VIRTELCHER. Das machen wir einmal mit COUNTS. Wir haben also 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8.